So Leute, willkommen zurück zur Pokémon Weiß Duolog Challenge Oh yeah, mit Rigi Bang Und Sui von Bang Korrekt Ja, Rigi Schumaru meinte ich natürlich eben eigentlich Gehst du weiter in den Ewigwald oder zum Trainingsfelsen? Bäm! Was ist der Trainingsfelsen? Naja, wenn du nicht stark genug bist, könnt du beides in der Sackgasse sein! Beides wird in der Sackgasse sein Ja Du hast gehört Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, eine Sackgasse Wenn ich nicht stark genug sind für sie Ja, wir sind ein Sack und sind in einer Gasse Eindeutig eine Sackgasse Oh, das ist einfach übermächtig Ja, ich weiß gar nicht, dass ihr einen Sonja benutzt Da würde ich jetzt Angst haben an der Stelle Richtig große Angst Aber zum Glück heißt mein Angriff nicht erhöht scheiße Weil ich mit seiner Anruf zerhöhlt Hopp Und das? Nur Schwörung Sie beschwert sie denn? Sie beschwert Luna Aber Luna hilft dir nicht, weil sie auf unserer Seite ist Ja Romni hat eine Spitz in der Verteidigung Ja Da musst du mehr Neverused spielen Ich muss mehr Neverused spielen Ich wusste nur, dass das viel viel aushält als beiden Seiten Sehr bulky Sehr, sehr bulky Ich weiß nämlich, das habe ich nämlich noch im Kopf, weil es das viel mich Wie Judging das gerade war Ich dachte, das weißt du Ja super, du bist ja richtig stark Ich dachte, das weißt du Du bist ja richtig stark Das hast du schon mal gesagt Dann werde ich mal dafür sorgen, dass dein Pokémon mit ihm gehackt wird Ich dachte, das weißt du Das wird jetzt schon direkt wieder ein neuer Partname Nein, das ist eigentlich Weil das gibt es viele Pokémon mit Attacken, die einen vergiften oder paralysieren Warte, 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 warte Die ganzen Crappies müssen mal nach vorne Du weißt, dass es deine Pokémon sind, eigentlich? Eigentlich, ja, aber Die fühlen sich tief verletzt Du hast schon gute Pokémon, ne? Ja, klar Wo ist die Wunderzeit? Du hast das schon gemacht Hab ich schon angelegt Hab ich gar nicht mitbekommen Ja Guck ich meine Parts nicht Ich erwarte jetzt einen öffentlichen Brief In dem du dich entschuldigst Das war's Ja, was nicht Hast du was zu schreiben? Nein Hm? Hey du Trainer Zeigst du über deinem Pokémon Team Ach, ich guck es mir jetzt einfach an Gucke mit K Was? Stimmt Die ist überpowered Echt? Ja Die will kämpfen Kämpfen Kämpfen, will sie Los, schlifft und was du schreiben darf Vielleicht kriegst du ja auch einen Baumball Ne, ich möchte jetzt nicht Wobei, hier, warte Ich komm jetzt nicht dran Ich komm jetzt nicht dran Ich hatte das zwar schon in der Hand da, aber guck mal Ich werde das mit Raub besiegen Echt? Du weißt aber, dass das eine Fee ist, ne? Ah, noch nicht! Stimmt, Leute! Ich dachte, das wusstest du Ja, verdammt Das hat er gerade eingesetzt, hat mich aufgeachtet Schön, dass er wächst Schön, dass er wächst Und gleich kommt der Moonblast Pass auf Für sich ja Oh, oh Ich will das an der Stelle Angst haben Oh, verdammt! Und die Animation von Mega-Sauger sieht hier deutlich cooler aus Ja, das ist tatsächlich wahr Weil sie auch deutlich cooler aussieht als in X-Y Du! Oh, das ergibt keinen Sinn Nehm es einfach hin Also mein Trainer in X und Y, den habe ich schön gepimpt und so Der sah schon richtig schnieke aus Guck dir das mal an Eros wird paralysiert zur Strafe, nur weil er das Vaumball beeindrucken möchte Das geht doch gar nicht Ja, guck mal Spurenangriffe auf Pflanzen, das geht doch nicht mehr Ich dachte, das wusstest du Ach, Leute Lill-Minip Den Namen, den ich mir lange Zeit nicht merken konnte, weil er so komisch geschrieben wurde Aber Lill-Minip ist ein Wie, du weißt nicht, dass es Lill-Minip heißt Geschrieben wird Ich dachte, das wusstest du Das ist schön, weil wir haben in jedem Part irgendwie so einen Gag, der sich immer komplett bis zum Ende durchzieht Das ist faszinierend Ich dachte, das wusstest du Ich dachte, das wusstest du, dass wir das haben Das war kein One-Hit-Gap Oh nein Nein, Kratos wird besagt, finde ich nicht gut Ja Das ist verletzend Ja Was ist das Schlimmste eigentlich ist? Nitroladung Nitroladung Die ist okay, die Attacke Die ist overpowered Die ist so verboten auf den meisten Turnieren Echt? Ja Die Attacke kann aber nur Durengard Schildformen In Schwertfunk verlernte das Hm Ihr habt mir kurz geglaubt, oder Leute? Boah, was ein Widerspruch Ja, boah, das war wirklich wo sie wählen Also der Miles Edgeworth in mir hat gerade gesagt Das geht nicht Das geht nicht Halt Stopp Das ist so gut, warum sagt der nicht Halt Stopp anstatt Einspruch weise Halt Stopp, müsste er sagen Einspruch Einspruch Ich kenn dir das mit Eiter Mit Eiter 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 Bang, meine ich Entschuldigung Zeckte ein richtiges Pokko, weil ich stehe Ja, ich stehe Ja, ich stehe Genau Kiesling, weiße Kiesling, jetzt wo gerade Eros nicht bereit ist zu kämpfen Ja Kann ich keine Bodenattacken Eben Klasse, keine Bodenattacken Keating Kiesling ist aber auch so ein Pokko war ziemlich lustig aus, ich finde ich Ja, irgendwie ist auch was von einem schwarzen Loch Ja, Dark Hole Kopfnuss, das ist aber ein cooler Cooler Attack auf dem Level Das war ich mal ein Crit Das ist aber ein guter Attack auf dem Level So eine frühe Kopfnuss haben und dann noch, äh, wer hätte, wer, hier zickt auch zum Beispiel, ne? Mit Step-Kopfnuss Haut schon rein Du gewinnst nur durch Hexen Was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt Hätte das jetzt gecritt? Ich dachte, das wüsstest du Ich dachte, ich weiß, dass du nur durch Hex gewinnst Ja, richtig, ich dachte, das wüsstest du Das war wirklich mal so eine Sache, weil ich war in einem Kampf so mega Krass, äh, oder Arena in der Burg gab es nur so einen Kampf Du immer gewinnst, du nur immer Das ist doch immer so, hallo? Ja, das ist immer so Ich habe ja keinen Kampf erinnern, wo er nicht durch Luck gewonnen hat Das ist richtig wahr Die, deine Flugarena, die war ja Mit Grandinja Achso, ja, stimmt Achja, die Arena der Pyramide Ich habe selber auch immer eine sowas wie eine, also zweimal schon Einmal im Stream und einmal, ähm, von Raze Und scheiß, Schallquap für mich, das ist Weißt du was? Findest du, sag es nicht, du findest hächlich Nein Wenn du, wenn du ihm ins Gesicht schaust, was denkst du dann? Es wird sterben Ja Ich finde dieses Gesicht noch so gesagt aus Bitte töte mich Bevor ich Eier lege Bevor ich Eier lege Guck, bevor du noch Bevor Du Gott Ja Du bist so rumzittert Jetzt zitter mal wieder Vielleicht nur diese Augenbrauen Ja, genau Hi, 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 hi Erschreckt. Geleidigt. 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 Was ist, wenn das jetzt kein Orodoch ist? Orodoch. Vor allem. Kein Orodoch. Wo bleibst du, Karadonis? Jetzt klar, aber das ist 1114. Das ist höchst gefährlich. Echt? Was kann denn das? Du, Plexi. Ich glaube an die Seinebeere. Okay, ich glaube an den Kraftschuh. Noch eh mehrere Rankenhebe. Ich glaube an den Kraftkoloss. Oh, oh. Heilung. Los, ich will die Seinebeere haben. Rankenhebe. Aber, aber Seinebeere. Aber ich habe, ich habe, ich trage schon ein Item. Ich dachte, du weißt, dass es da nicht ging. Ich dachte, das wusstest du. Ich dachte, das geht direkt in den Beutel. Nee, das ist klar. Ich dachte, das wusstest du. Ach, das war ein Test. Ich wollte testen, ob der Seinebeere ist. Äh, ein Test, sagt der Eiskeiler. Weißt du, was ich sage? Erzähl. Das Rankenhebe mega wenig schaden macht. Das sowieso. Trotz Wundersatz. Ja, Leute. Und wie geht es euch so? Yeah. Also mir geht es ganz gut. Und euch so, Leute? Genau, da ist der gefährliche Kack-Move. Du plexig. Stopp. Stopp. Du weißt, was ich gerade merke. Die arme Knolle auf dem Kopf. Fünf Treffer. King dem Broccoli-Kopf. Fünf Treffer und ein Crit dabei. Hex. Hex. Hex, Hex. Vibiu Luxberg. Ich nehme einen Supertrank jetzt einfach. Ich verschwende ihn auf deine Verantwortung. Mach doch. Jetzt hast du wieder sieben. Mach doch. No. Es ist das Ohr noch gerade so. Ich mache zwischendurch Ohr noch einfach so. Müsst du mal auf den Mund achten. Echt? Ich achte jetzt darauf. Oh. Das ist das ein Gesicht, wo die Leute Memes zugemacht haben von dir. Ja, genau. Wuh. Der Suisse Wuh-Face. Boah. Schwarzes Loch. Ey. Wir sind im Orbit. Hallo. Hallo, lass die Broccoli in Ruhe. Lass die Broccoli. Du weißt, dass ein Luplex-Heat dich eventuell töten könnte, oder? Du mittritt. Fünfmal treffen. Fünfmal treffen, dann mittritt. Willst du das riskieren? Oh, da war es wieder. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Hört jetzt zweimal nur. Oh, oh. Na, jetzt ist das, dass wir uns ja wieder trank. Oder er zeigt, dass er mutig ist. Nö. Fünfmal ist halt nö. Nö, mutig. Nein. Du weißt, du hast gerade insgesamt gehofft, dass du mich damit hervorlocken könntest. Klar. Ich finde ich einzelner, einer deiner coolen Mitglieder beraubend. Ich sag's nochmal, es ist dein Pokémon. Ja. Aber ich darf es nur benutzen. Aber ich muss das Teamgefüge zusammenhalten. Also, ich hab jetzt immer im Kopf, dass Ordoch Brokkoli nicht mag. Oh. Oh. Leute, diesen Kampf, den musste ich im Training die ganze Zeit begutachten. Ja, das war, hat gedauert. Null Verteidigung. Aber zwei Angriff. Wow, zwei Level-Ups. Was ist denn da los? Muss ich jetzt nicht bald Biss erlernen? Egelsam. Nice. Oh, das ist aber wunderschön. Das können wir für einen Arena-Kampf gebrauchen, wie du bestreitest. Eros lernt Egelsam. Ich will nichts sagen, aber... Tschüss Schlecker erstmal. Und auch noch gegen ein Ordoch. Oh. Yummy. Was ist denn hier unten eigentlich? Trainer. Wie bin ich hier? Warst du noch nie hier? Doch, aber... Noch nie? Meine Erinnerungen sind verblasst. So ja, allein im Wald. So ja, allein im Wald. Ja. Äther. 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 Ey, da ist Doppelkampf raus. Ah, verdammt. Alles klar, ich bin zu allem geschlossen. Lass mich den Kampf gehen. Warum zappelst du so rumzappelt, Philipp? Weil er es gezappelt hat. Er tanzte sich vor Freude in den Kampf. Oh, okay. Guck dir an, er sieht dir ein bisschen ähnlich ähnlich. Hamisch. Hamisch. Bis auf alles sieht er dir etwas ähnlich. Und das sieht mir etwas ähnlich. Ich kämpfe. So Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe gesagt, das sieht mir ähnlich. Hallo, ich habe dich beleidigt, nicht mich. Das war's. Ich habe das gerade wirklich fast falsch verstanden, oder? Ich habe gesagt, das sieht mir ähnlich. Ich habe gesagt, aber ich sehe aus wie Teenager. Ja, so. Das war die Beleidigung. Das war die Beleidigung. Ich sagte wegen Schollquap. Schollquap. Das kann schon keine Bruner Tag, oder? Äh, doch. Schlammung. Das war die Strafe dafür, dass wir uns immerhin lustig gemacht haben. Du hast angefangen damit. Du hast gesagt, das ist scheiße. Das ist doch auch scheiße. Das hast du selber gesagt. Ja, weil... Scheiße rum. Eros. Es gibt den Revenge-Kill. Ich habe es nur gesagt. Crit. Nein, Crit. 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 Es war keine Flammenbauer, was war Crit. Ja... Ethers. Schon kippt die Stimmung. Alles im Arsch. Ich fühle mich gerade wie ein Schallverbleib. Ja, ich mir auch. Das ist wirklich tragisch. Hier muss die ein Schallverbleib. Schalko-Kon-Sang. Oh, Gott. Das ist auch scheiße. Das ist für... Adozialer Trainer vor allem. Ja, aber auch das Bokomon. Lerner so solche Angriffe. Superschallleute. Schlimmster Move überhaupt. Ja. Kung-Fu-Strahlen, da sage ich ja nichts gegen. Aber Superschallleute riefe ich immer auf. Ich finde Superschallleute auch furchtbar. Es trifft vor allem immer, wenn es der Gegner benutzt. Ja, deswegen. Das ist das Ärgerliche dann. Aber bei Kung-Fu-Strahlen kannst du ja nichts sagen. Ja. Ich habe sowieso gerade das Thema zu wechseln. Und es klappt einfach. Wieso? Von was denn zu wechseln? Ahaha! Sui-Bang mit Geld! Na gut, Leute. Eigentlich... Ja, wir gehen zurück zur Stadt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Was machst du denn nur mit deiner Pokémon? Wenn ich sterbe? Eine Rückblende. Ach, bitte. Aber beim Freilassen. Du lässt deinen Pokémon frei. Ja. Dann tun wir die nicht in eine Box. Nein, wir machen es knallhart. Oh, nein! Ich will aber nicht. Was will ich jetzt den DS aus der Hand ziehen? Dann ist die Challenge vorbei. Nein. Dann können wir nur richtig krassen Komplott hervorrufen. Komplott? Für Komplott. Für Komplott. Es lag klar, ich hatte kein Item. Leute, ich habe Tränen in den Augen. Warum? Also nicht, warum die Tränen in den Augen las haben. Das ist mein Pokémon gewesen. Ich weiß es. Ich weiß, ich wollte, dass eins der Pokémon stirbt, aber... Also, Scheidwappen. Du könntest dich in Ordnung reinnehmen, das ist nicht lustig. Ich muss es tun. Ich muss nicht, aber ich kann. Ach, Leute. Ither, du warst nicht lange dabei, aber... Du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Für wenigstens drei Parts. Naja, eigentlich nur zwei Parts von mir. Aber es hat sich sehr bemüht. Du wirst ein wunderschönes, anmutiges Sebritz werden können, doch. Du hältst leider genauso wenig aus wie meine kleine Cousine. Hat sie auch an Sebritz, Lille Bar? Nein, aber sie ist genauso zerbrechlich wie das Elz. Und das ist auch ein Wunderschönes. Ich kann das nicht machen. Ich bin jetzt wieder auf dem Boden der Tatsache. Immerhin ist es Level 15. Ich bin gerade wieder auf dem Boden der Tatsache. Ich habe nämlich irgendwie... Weil bisher nichts passiert ist. Das hast du jetzt nicht gemacht! Das hast du nicht gemacht! Hallo, ich bin zwar xy gewohnt, dass das Pokémon ausgetauscht wird und nicht direkt so ausgetauscht wird. Da hat mir jemand den Krieg erklärt. Boah, Leute, da hat mir jemand den Krieg erklärt. Okay, kein Ding. Nee, das ist... Ist okay, ist okay. Verstehst du mich überhaupt nicht? Meine Trauer? Ja, deine Trauer. Du willst doch meine Pokémon noch mit in den Abgrund ziehen. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ich bin traurig, Leute. Wir haben ja den ersten Zwist zwischen uns beiden. Ja, aufgrund der Ereignisse, die ja passiert sind. Ja, da... Oh Gott. Herrlich! So. Warum? Auch von Schalk, Warr, guckt es euch an! Und ich grins wie so ein asoziales Vier. Boah, Vieh. Tja, hätt sich mal nicht wahrscheinlich auch lustig gemacht. Hochmut kommt vor den Fall, Leute. Ja. Und nach dem K.O. gibst du einen Plus-Eiten-Angriff-Muss. Ja. Aber erst nach dem K.O. Das ist ein Eiten! Sprich mit dir! Warum rass dich so aus? Ich weiß es doch nicht. Hättest du jetzt eh gemacht. Ich hätt's dir jetzt eh gemacht. Ja, ja. Du hast dich eh übersehen. Hallo, ein Pokémon ist gestorben. Könntest du bitte etwas mehr Respekt zollen? Ist das dein Pokémon? Nein, es tut mir leid. Ich weiß, du leidest darunter wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch mehr als ich. Ja, stimmt schon. Äh! Nein! Ach, Vieh macht sich lustig über uns! Item ist doch kein... Äh, Alter, ist doch kein Item! Wer auch immer jetzt kommt. Tust, egal. Schweinquap, pass auf, ey. Das wäre jetzt die ultimative Troll gewesen. Schweinquap. Weißt du, ist dir eigentlich aufgefallen, in welchen Pokéball ich Apollo gefangen habe? Ja, das ist mir eben aufgefallen, als ich die Attack konsertierte, aber ich wollte aber nichts sagen, weil ich dachte, sonst kommt wieder... Das wusstest du nicht? Wie jetzt? Das wusstest du nicht? Das war jetzt lame. Ja, okay. Dafür... Gegen Gifts. Kriege ich jetzt zwei Minuten Time Out. Time Out Regi Bang. So. Von Ikre. Ein super Trank! Super Trank. Von Ikre, genau. Ist ja auch aktiv? Ja. Oh, Praktibalk! Das wäre so gut gewesen für mich. Nee, ich kann jetzt nicht fliehen. Hätte ich mir das mal strategisch über... Oh, oh, oh. Praktibalk. Ach, Glück gehabt. Sehr schön. Wobei, ja gut, die sind auch nicht so die... auch nicht so die schnellsten Pokémon da. Ich lasse es gestehen. Ich bereue es, dass ich hier... Ganz kurz ist da oben links. Da ist nix, ne? Nein, das geht es nicht. Nee, vielleicht ein Item oder so. Das ist gar kein Detektor. Noch ein Aether, ja, ja. Nee, das ist mir auch noch. Ist mir jetzt egal, weißt du das? Sonst ist ihr auch noch vorne. Ja, jetzt ist ihr vorbei. Das wäre ein engles Battle gewesen. Boah, geil. Hätte ich auch gerne geholt. Dieses Pokémon, das erinnert mich an so ein anderes Pokémon, das so ähnlich aussieht. Das erinnert mich ein bisschen an dich. Warum? Wegen dem Handabdruck. Diese besondere Pokémon, die ich eben gefangen habe. Guckt mal, wie er vom Thema ablegen will, Leute. Der kommt bei besonderen Pokémon, die er eben gefangen hat. Jetzt kommt aber nicht hier und hältst du Skaradonis. Ich glaube, Prakiwald. Doxipel, oh, cool. Das ist okay. Hätte ich auch gerne. Da bist du Angst gerade. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, wir können sogar in Sint-Denner-Wald noch ein Pokémon fangen. Ja, ich habe übrigens gerade Angst. Das ist mir übermächtig. Du hast Heilung. Du hast recht. Denn er hat Gifte. Ja, deswegen. Aber durch Heilung. Ach, Erfolg. Wenn du mir mal dazu fliehen willst. Natürlich. Treffe ich nur zweimal mit meinem Duplex, die war als andere, wäre ja mies. Au. Weißt du, ich habe aber so ein Déjà-vu. Oh. Ich habe so ein krasses Déjà-vu. Das sage ich auch jedes Mal. Wenn ich solche Moos benutze. Oder ich werde viele mit denen. Schade. Komm, dir das mit dreimal. Komm, dreimal. Schaffst du auch verloren. Nein. Oh, mit Kreideschrei. Du musst treffen. Du musst treffen. Das ist ja nur Order. Apollon. Das reicht nicht, wenn du nur einmal triffst. Das war ein Roll. Glück gehabt. Nein, Mann, Mann, Mann. Sag mal, willst du das nicht trainieren? Eigentlich nicht, aber... Das möchte ich gerne trainieren. Mit Rados. Kratos muss trainieren. Wartor aus, digitiert zu hoch. Moment, was. So ist. Was. Irm. Krass. Ich bin grieche. So nitro ladung. So ist es weh. So. So. So ist es, kann man nicht politisch. Ne, du bist jetzt sowieso schneller. Was sowieso kommt. Werden in Bodycheck gelernt. Und nicht Zeres. Ja, doch noch. Auf der Fülle sind 16, 15. 16. Okay. Ja, kann sein. Ach ja, Matthew. Ja, genau, genau, genau. So die Handbewegung. Das war einfach nur, das hat sich ganz gefreut. Das ist immer alles, was reinigt hat. was hier. Du brauchst echte Face, gell. Oh Gott. Gegen den will ich glaube ich nicht kämpfen. Sicher? Ach, der hat 100% keinen Karadonis. Die haben 100% keinen Karadonis. Oder doch. Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Ich will aber nicht mit einem normalen Pokémon vorne bleiben. Wenn ich gegen die kämpfe. Ach, ich darf ja keinen Selbst geben. Ach ne, im Kampf darf ich nicht. Im Kampf darf es keine Selbst geben. Leute, das war Pokémon weiß. Er hat nur gecheckt, ob ich einen Sicherflokor habe. So ein Halunke. Du-Lock-Challenge. Du-Lock. In diesem Part machen wir weiter. Unser erstes Opfer nach Part 10. Glaube ich. Es ist, ja. Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich... Nein, Part 9. 9, ja. Umgrade Zahlen hast du und die gerade habe ich. Das ist meine Orientierung. Leute, ich habe echt kurz vergessen, dass wir eine Nass-Lock spielen, weil es so schön locker, flockig war, weißt du, man lacht viel, man hat Spaß und auf einmal tot und man denkt so... Schallquap. Schallquap. Ah! Ah! Ich habe meine Pistisch gehauen. Aua! Das war nicht so schlau. Ich wollte daneben hauen, Leute. Bis dann. Ciao. Buss.